Die machen weiter, bis die nächste Bombe platzt. Das ist ein Netzwerk, ein Komplott gegen die Umwelt. Wir werden nicht nachgehen. Wenn die den Konflikt wollen, werden wir zurückschlagen. Der Wald stirbt immer mehr ab, die Flüsse sterben. Alles, was es an Reichtümern im Wald gibt, geht so zugrunde. Gott segne dich, mach weiter so. Wir haben einen strategischen Punkt erreicht. Entweder wir ändern etwas oder wir sind auf dem Weg in die Apokalypse. Das ist ein Netzwerk, ein Komplett. Das ist ein Netzwerk, ein Komplett.